Hi, ich bin Santo, Videoblogger bei Coolblue. Bei uns findest du die neueste Technik vom Kühlschrank. Bis hin zu Laptops. Nicht nur in unseren Stores, sondern natürlich auch online. Auf unserem YouTube-Kanal testen wir die spannendsten Produkte für dich. So kannst du dir sicher sein, dass du immer genau das richtige Gerät für dich findest. Du zweifelst noch, welche Soundbar für dich die richtige ist oder mit welchem Airfryer du die knusprigsten Pommes machen kannst? Keine Panik, sie beantworten deine Fragen natürlich auf unserem Kanal. Ihr wisst ja jetzt, wo ihr uns findet. Ah! Ihr wisst! Ihr wisst! Bis zum nächsten Mal!